Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den ARC News in GOOT, wo wir heute über einige wichtige Fixes wie auch über einen neuen Dino reden können. Es kam nämlich das nächste große Update und das hat uns einige wichtige Bugfixes gebracht und ich versuche euch so kurz wie möglich die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Aber erstmal Leute, wäre es super lieb von euch, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalassen würdet für die kurzen ARC News ohne großes Rumgelaber, um das Video zu strecken. Wäre euch also dankbar für jeglichen Support und jetzt direkt rein ins Thema. Der Gigantoraptor ist nur Teil des Main Games, ihr braucht also nicht weiter die Mod auf eurem Server verwenden, damit die riesen Gocke spawnen. Außerdem wurden Änderungen am 10-Limit vorgenommen, jetzt zählt jede Zugplattform als 5 Dinos, also müsst ihr sorgfältig darüber nachdenken, wie viele ihr davon benutzt. Die Salontüren haben jetzt eine neue Animation beim automatischen Öffnen und Schließen. Ihr könnt jetzt das Wetter richtig sehen, wenn ihr mitten in einem Sturm dem Server beitretet. In Drops bekommt man keine Settel mehr, für Dinos die auf Scotch-Earth sowieso nicht spawnen. Wyvernester verschwinden jetzt nicht mehr nach dem Server-Neustart, ihr solltet also keine fliegenden Eier mehr auf dem Server finden und Wyvern-Eier stapeln jetzt nicht mehr auf derselben Stelle. Dev-Wirmers spawnen jetzt zu 25% mehr auf Scotch-Earth, was das Problem mit den schwarzen Perl lösen soll. Alpha-Dev-Wirmers garantieren sogar 75 Black Pearls und eine Schatzkarte. Und es wurde jetzt endlich der Tüler gefixt, der springt endlich wieder vernünftig, das war ja echt super, super schrecklich, aber jetzt kann man die wieder benutzen, Leute. Die Wetterereignisse wurden reduziert, was wirklich notwendig war. Manchmal war man im Sandsturm gefangen und der Jibboa hat schon von der Hitzewelle gewarnt, das war super, super nervig. Möglicherweise müsst ihr eure Tresoren neu platzieren, falls ihr den Zugriff darauf nicht mehr haben solltet. Und jetzt zu dem neuen Dino, auf den wir uns schon bald freuen können, den Ceratosaurus. Dieser stammt aus der Arc-Editions-Mod und wird bald in das Hauptspiel integriert. Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, weil die Arc-Editions-Mod schon immer extrem stark war und teilweise Dinos rausgebracht hat, die sogar besser waren als die von Wildcard selber. Es ist also mehr als gerechtfertigt, dass nur mehr Kreaturen von Mod-Macher Garuga in das Spiel aufgenommen werden. Im Community-Crunch wurde auch erwähnt, dass dies nur der Anfang einer ganzen Reihe von Kreaturen ist, die ihren Weg ins Spiel finden werden. Der Brachiosaurus, der Dinosuchus und der Akrokantosaurus hätten auf jeden Fall auch verdient, übernommen zu werden. Mal gucken, was alles noch so kommt. Zusätzlich dazu gibt es noch eine neue Premium-Mod, die heißt Enclave. Bei der muss man von so einer Art Nebel flüchten und verschiedene Monumente erobern. Das sieht auf jeden Fall super interessant aus und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die Mod zulege und sie im Livestream teste, um euch darüber zu informieren, ob sie das Geld wert ist. Das war es auch wieder von den Arc-News und Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wisst nur mehr als vorher. Wenn ja, lass uns gerne ein Like oder ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz schönen Tag.